Hiiii Da sind wir wieder Servus Stahlschuss, genau Bei, was ist es? Was könnte es sein? Derngebunden Ja Sauber und Äh, joa Die drei üblichen Verdächtigen So Mit direkt auf dem Schiff der neuesten Rasse Wie hieß denn jetzt nochmal? Nova Kid, glaub ich Nova Kid, genau Die Roten Vibe Keine Bewegung Okay Und Man hat die Taschenlappe Und die Revolver daneben Es ist wirklich so Polizisten-mäßig Ja, lustig Wir wollten uns erstmal Gegenseitig die Schiffe ansehen Yo So gegenseitig und so Hey Party Glockel Ähm, ja, ich muss wieder einen Umweg machen Wo muss ich denn? Nee, musst du nicht Auf den Kopf vom Spieler draufklicken Und dann beamt du Shit Jo Ah, hab ich nie gemacht Ja, deswegen warst du natürlich bei uns anderen drauf Bin ich zur Wego gehüpft Bin ich zur Wego gehüpft? Ups Wollte ich das? Nein, du wolltest zu Noob Oh Moment Irgendwas pfeift dir gerade? Markus pfeift Was ist die Tür? Bin ich ja beim Bin ich ja bei mir, oder? Hier, Markus, es sieht anders aus Ja, ich, ich Wenn ich mich zu Markus teleportiere, bin ich immer in meinem Schiff wieder Heißt? Ja Der Fuck Ich komme immer wieder in meinem Schiff an Okay, das ist seltsam Wenn du Rechtsklick auf meinen Namen machst Äh, auf mein Bild Ja, Linksklick Oder Linksklick Ja, Linksklick, genau Und dann... Beam the ship Ja Na gut, dann siehst du es halt im Videopunkt aus Mhm Geht nicht anders Wenn du Simon komm ich Ja, dann halt mal direkt zu Mia Wie auch immer das jetzt geht Denn... Ich kann mich noch nicht teleportieren Ja, du musst... Oh Das fängt ja schon mal wundervoll an Ähm... Private Investigations Ah Das heißt, du hast auch recht, hinterleiste nicht diese Beam-Down-Funktion Nein Pfff... Ja, also... Na? Vielleicht kann... Ne, wir können das nicht aktivieren Fängt gut an Das fängt gut an Ja 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 Ah doch, ne, ich kann hier auf den Teleporter drauf mich stellen und dann beam home Das geht Pfff... Genau, und jetzt kann ich mich vom Planeten aus hochbeamen Pfff... Pfff... Jetzt kann ich wieder nicht mehr beam, das ist einfach so logisch Willkommen auf meinem Schiff Oder einmal will ich noch versuchen... Einmal will ich noch versuchen zu Markus zu kommen, glaube ich Aber erst gleich Ja Kannst du jetzt auch machen, weil ich jetzt erstmal mit meiner... Am Schiff rede Ich habe einen Affen als KI Einen ziemlich aggressiven Affen Nope, ich lande immer in meinem Haus In meinem schönen Dampfschiff Passt so gut, ein Dampfschiff E-boot, 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 e-boot Tadaaa, läuft Und den... Und den... Murder Manipulator Komm, das sieht richtig aus wie so ein Affengehege, ne? Alle anderen haben so richtig gutes Aussehen und das ist einfach so ein normales Standardschiff Ja, sieht besser aus, wenn es repariert ist, glaube ich Marksman Goh, goh Oh, keine Geräusche So... Vielleicht würde ich Geräusche machen, hätte ich eine normale... ...Attack-Tier-Waffe, nicht irgendwie so ein... Was habe ich denn hier schönes? Daschenlampe... Genau, das sind deine Waffen, das würde mich interessieren Schiff reinhauen Ich habe... ...den kleinen Affenpixer He... ...äh, Moment, gehen wir kurz zu Ape Dagger Den kleinen... Ne, Ape Poker Poker sogar Ja, das ist der Einhänder Und dann habe ich noch... Wie heißt das Ding? Das ist aber auch ein Aufstandsschwert Ich halte hier eine Waffe an den Kopf Ey, das ist das gleiche wie ich, oder? Ne fast Ne Wie heißen meine Waffen eigentlich? Moment So interessant Ja, Revolver ist ein rostiger Revolver Hm? Und... ...das andere ist... ...Red Rider Oh, okay Meine Rifle Zu welchen Planeten gehen wir denn? Wir sind ja, glaube ich, jeder über dem anderen Echt? Zu meinem? Ach, wir sind da, warum nicht? Ja, warum nicht? Äh, eh Es ist Nacht Oh! Es ist Nacht, oh! Süß! Sehr schön Auch gleich mal alles hier einsammeln, ne? Nicht vergessen Na, ey, 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 so Gut, passt Tree ist dead Next tree Lass mir doch auch mal das Zeit So, dann klau ich ihm Markus hat das Holzpunkt Oh, was soll des? Ey Geh weg hier Ach, ja Ah Was denn? Äh, ja, ne? Ja, ja, ja Ey, Viech Geh weg, Arthur Nebenbei ist der Meta und nimmt mir der Pilot hat zwei Händen Ja, der ist bei Aten Ja, leider Ein Viecher Nachts böse? Ja, sind sie Einige Nicht alle Ja Wow, macht der Schaden Okay Wer der Gegner, aber dein Pistöhrchen Ja Aber auch nicht vier Gegner Vielleicht links zu uns kommen Nein Okay Ja, aber, aber die Gemeinschaft Hi Ich hab Bäume gefällt Ja, ich auch Dann bin ich jetzt noch ein bisschen euer Guardian hier Guardian Angel und so Ja Ui Wie Markus, wo kannst du hin? Ja, das ganze Zeug hier einsammeln Wird einfach mal was stehen Wir wollen nicht, weil du was denn siehst Ah, du schon kennst Meine Da ist bloß Geld drin in solchen Boxen Ich weiß Also meistens So, die Dinger hier Das sind Fasern Die müssen wir auch sammeln Da kriegen wir Fasern hier Die natürlich alle geklaut werden Ich schieße drauf Ich schieße drauf So Ja, also Markus kennt das Spiel schon Und wir nicht Ja, ich hab's mal vor einem Jahr oder so mal Angezockt gehabt Weiter Bitte nicht rückwärts springen Vielen Dank So Zeug immer einsammeln Da gibt's Bären und Barmen und Ich seh zu wenig Mein Gamma ist immer zu dunkel eingestellt Wie gibt's glaube ich gar keine Gamma Einstellungen? Ja, aber mein ganzes Bildschirm ist immer sehr dunkel eingestellt Gut, ja Oh, zieh ich Wie wechsle ich so? Ja, hm Ich fäll noch ein Baum, ne? Jo, du das Ich hab glaube ich genug Holz Ja, mich fäll mal noch ein Du könntest zur Weile mal eine Workbench bauen, oder? Äh, kann ich machen, ja Äh, ne C Da ist alles getrennt ist Kann ich mich einfach maximal, ja Da, so Und ein Grafen-Tamil Und ein Grafen-Tamil Das ist meine Oh Und Ah, das muss man so machen, ja gut Jetzt wird es halt sein, so Äh, fünf Tadaa So Ja, aber ich hab jetzt das Tiefwind dafür gar nicht bekommen, weil ich gar nicht beim Bei der KI war, ach herrlich Dann, Bogen Oder gab's eine? Gab's eine Tiefwind für? Weiß ich gar nicht Pfff, keine Ahnung Wollen wir uns mal Ja stimmt, was haben wir eigentlich für Quests? Da gibt's ja so Anfangs-Quests Äh, Quests On the run Das Schiff reparieren, ist meine einzige Echt? Hm? Ich weiß nicht, ob ich die Quests überhaupt angenommen hab Wo ist Quest? J, ne? J, ja Die Bestes Repair? Oh, das hab ich noch nicht gemacht Ja Die Straster repariert und alles Dann sollte man das gleich nochmal kurz vorher machen Das... Das können wir nicht, dafür brauchen wir Materialien Nene, aber ich hab noch nichts gemacht Hier, deswegen sollten wir das nochmal alle kurz... Wir treffen uns wieder auf dem Planeten Okay Äh... Hm, ich muss anscheinend auch ein Crafting-Table machen Ja Ja Vor allem, ich hab einfach keine Missionen gerade Ich hab grad Samly Equest Gleichzeitig bekommen, das ist auch schön Ich hab auch einfach keine Mission Ja, ich hab ne Fernkampfwaffe Geh Jo Okay Naja, noch nicht Äh... Das dürfte alles gewesen sein. So, Planet. Böse, du bist böse. Anscheinend, ja. Das ist ein schönes Sterbes-Sound. Ich kann Schmetterdinger zerschnitzen? Okay. Soll ich mir recht sein. Oh. Was? Bis ich mit der Steuerung klarkomme. Habe ich gerade eine Bandage einfach so genutzt. Wann, ey. Neue Waffe. Ja, schön. Ich habe meine noch. Und die hat so eine richtig schöne Animation. Und jetzt mache ich auch Geräusche. Kommt ihr wieder nach links oder soll ich wieder rechts? Ähm. Wow. Ne, wir sind jetzt wieder am normalen Startpunkt. Du hast ja ein Home gesetzt vorher, ne? Ich weiß gar nicht, was ich basteln soll. Wo sind meine Fackeln denn? Ich mache jetzt mal ein paar Holzplanken wahrscheinlich, ne? Jo. Kann es sein, dass ihr meine Fackeln habt? Äh, ich habe 10. Ich habe von Anfang auch 10. Ah. Ich habe 20. Ja, dann hast du meine Fackeln eingesammelt. So, Campfire, Campfire. Ja. Ich mache jetzt mal alles zu planken, oder? Ähm. Brauchst du auch ein bisschen Holz für das Campfire dann. Naja. Ich habe eh noch nichts gemacht. Ich habe eh keine Ahnung, was ich tun muss hier. Einfach erstmal alles einsammeln, was da ist. Dann so... Ja, einfach nach den Quests gehen. Eigentlich. Das einfachste. Okay. Waffe ausrüsten. Du musst eine Waffe ausrüsten. Ah! Komischer Guardian Angel bist du! Loll! Oh, okay. Latt nach! Uh! Oder so geht's auch. Plopp! Ja, du musst den... Pixel verloren. Toll. Ne, ich habe kein Ding, so. Claw and Machine! Weil wenn man... Ja, okay. Macht erstmal eure Anfangsquests. Dann erkläre ich euch das andere. Nein! Plopp! 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 Leck! So, äh... Wo ist Corby? Ich hole grad ein bisschen Kohle. Können wir das schon abbauen? Ja, also ich kann Kohle abbauen. Okay. Okay. Erze kann man sowieso schon abbauen. So die grundlegenden. Äh, kannst du mir mal eine Fackeln geben? Weil dann mache ich hier einen Kämpfer hin. Äh... Wie gibt man nur so ein paar Fackeln ab? Ich glaube einfach genauso wie in Minecraft. Rechtsklick drauf nimmt die Hälfte. Und so weiter. Ja. Mal schauen. Mit, mit Kuh schmeiß ich alle raus. Okay. Auch in Ordnung. Ja, warte. Boah! Komm! Schmeiß! So. Ah ne, jetzt habe ich irgendwas anders geschmissen. Was habe ich da grad geschmissen? Hm, ne nur Fackeln. Ne, ich habe noch was geschmissen. Ach, gay! Bis ich mit der Steuerung klarkomme. Oh! Der Sound! Kling, 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 pimp, pimp. Ja, ich gehe mal da oben und baue doch mal provisorisches Zeug hin. Äh, ja. Das zum Beispiel. Ja gut, hätte ich jetzt auch hingesetzt. Ja, kannst draufsetzen. Ne, ist ja egal jetzt. Kann mich aufeinander packen? Nö. Doch, kann man. Ja. Okay, wir haben nur eine Workbench. Ich will auch eine Workbench bauen. Am Lagerfeuer? Genau, da guckst du schon nach dein Steak, ne? Okay. Wo ist die Workbench? Hier! Da! Zwei Stück! Nein, ich habe selber gerade eine gemacht. Deswegen habe ich mich jetzt gerade gewundert. Ach so. In deinem Inventar wahrscheinlich? Eben nicht. Nicht in Hotbar? Ah, ich habe meinen Bogen geworfen. Ich brauche meinen Bogen wieder. Irgendwer hat mal einen Bogen gekriegt. Ich nicht, sorry. Simon. Ja damit. Dies ist jetzt mein Bogen. Ich brauche dir selber einen. Ich glaube, das musst du eh für das Quest. Naja. Ach doch, der. Mann, ey. Will ich einfach meinen Bogen klauen. Simon. Was denn? Bis zum Weg. Ach ja. Kann das da irgendwie nicht abstellen gerade. Komisch. Na jetzt geht's. Hübsch. Äh, genau. Das soll ich hier... Schön. Ich habe keine Ahnung, was ich womit anfangen soll. Weil dieses Spiel so kompliziert ist. Mach erstmal deine Quests. Mach erstmal deine Quests. Und äh, wo seid ihr gerade bei den Quests? Ähm... Also... Tutorial 3, prepare yourself. Bandagen. Ja. 5 habe ich. Pflanzenfasern. Genau. Pflanzenfasern waren diese komischen... Tentakel-Dinge da in den Höhlen. Ja, weinst du? Ich hatte keine. Ich muss erstmal diesen einen Vogel hier abbehalten. Ich muss kurz... Ne, lass mich mal kurz mit meiner Rifle das versuchen. Äh, Bandagen waren die. Da waren die. So? Ja, ich hatte es versucht. Das Problem war nur, dass ich dann aus Versehen auf... Dings geklickt habe. Auf was anderes halt. Mhm. Oh, gehst du. Abpflanzenfasern. Gut. Und dann hast du auch Pixel. Da unten sind Viecher. So. Genau. Fackeln. Hm? Keine schlechte Idee. Äh... Leg ich mal hier hin. Moment. Inventar. Oh, was war denn da? Aber ein Loch. Ah, ja. Noch ein bisschen Licht hier oben. Jo. Übrigens. Schau mal. Ha. Cool. Beste Animation vor allem. Jo. Ah, hier ist dunkel. So. Hier kommt man nicht raus vor allem. Bös. Hm. Hm. Ich hab grad gelernt ein Risotto zu machen, ist schon toll. Ein Risotto? Oh. Hm. 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 So. Äh. Wie ging das? Habe ich eigentlich genug pflanzende Fasern jetzt? Muss ich gucken. Ah. Great. Oder so in Richtung. Äh. 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 Unter welchem Tab sind, ähm, Bandagen? Fragezeichen muss das sein. Vorletztes. Bandage, ja. Ein Hunting Spear gibt's auch noch. Hm? So. Cooking Table. Naja, die... Crafting Benches muss man mit E anklicken, damit man so benutzt. Hm. Weil das hatte ich grad falsch gemacht. War auch lustig. Don't train this. Brauch ich ein Campfire und Kobbel für... Hm. Campfire und... Kobbel, Kobbel, Kobbel. Let's! Du glaubst meinst Kobbel! Weil es auch so ein wertvoll Ressource ist. Ja, aber das... Das nervt, wenn du abbaust und irgendwer anders die Ressourcen dafür kriegt. Ach ja. Hm, ich hab grad noch falsch gegessen und dafür kein Achievement bekommen, weil das ein Hühnchen war und kein Steak. Haha. Die Leute haben ja alles bekommen eigentlich. Hühnchen sind ja erst für'n Bogen. Ja, sorry, wenn man... Wenn man mir ein... Brakes das Spiel. Das Spiel brakes nicht selbst, wenn das mir ne... ne Schusswaffe in die Hand drückt. Das ist wohl da. So. Was ist das für ein Vieh? Du musst irgendwelche Tiere zum Töten finden. Hey! Insekten gibt's jetzt auch! Sau cool. Die gab's glaub ich schon länger. Also wo ich gezackt hab noch nicht. Okay. Ja, also alle die auf dem neuesten Stand hier, das wird ganz interessant. Auf jeden Fall, ja. Äh. Muss hier raus. So, danke. Ich glaub, das dürfte genug Fall sein. Stay kriegt man nur mit, ähm, Hunting-Sachen, ne? Ja. Ekelhaft. Ekelhaft. Äh, oder Crafting. Moment, da muss ich erstmal jetzt zurück zum Crafting-Table. Muss die Rifle mal testen. Also, ja. Du musst das anklicken. Ja, ich hab grad, äh, C gedrückt. Aber hier muss man E drücken, lustigerweise. Waffen! Äh. Hm. Hast du mal links am Kopf runter und so weiter. Kupfer brauch ich jetzt. Okay. Ham. Jo, ich brauch auch Kupfer. Wollen wir mal... Ah ne, wie weit ist Cory? Ich bin grad wieder auf dem Weg. Du hast Steak und so gebracht, wo? Naja. Vor allem muss ich erstmal hunting Sachen machen, weil ich jetzt mit normalen Waffen da auf Jagd gegangen bin. Ah. Setzlinge, Setzlinge, Setzlinge. Alles gut. Ich kann mir keinen Bogen machen, also mache ich mal schnell einen Hunting Spare einfach. Wer ist denn da? Was ist da? Ein Pferd. Sieht schön aus. Ofen auf Ofen. Ist aber egal, welches Tier ich damit abschlachte, oder? Äh, ziemlich. Äh, ja. Ich glaube, überall kriegst du Steak auf jeden Fall. Ja, ein rohes Steak. Reicht doch erstmal. Aha, stimmt. Man kann sich ja keine Luftblasen machen. Ne, die Physik sind hier ein bisschen anders. Hm. Ey, hörst du auf? Geh ja schon eins weiter, keine Sorge. Ne, ich hab das da gelassen, dass man noch hochspringen kann. Ja, kann man doch auch, oder nicht? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt musst du Blöcke unter dich platzieren. Ja. Siehst du? Ist genau perfekt. Ja gut, dann baue ich ja die Kohle ab. Ich muss also jetzt einen Steinofen bauen, das ist, ähm... Ja. Aus Breaks macht man den, ne? Ups. Hm, nee. Aus ganz normalen Steinen. Aus Korbel. Ja, ich... Unter Tools tipp ich mal, ne? Ja, Stonefairn ist da oben. Was fehlt mir denn? Äh, Campfire wahrscheinlich? Hm. Ach, man muss eigentlich das Camp... Okay, man muss dafür ein Campfire gebastelt haben. Ja. Und da muss ich auch nochmal gleich mal ein bisschen Holz hacken gehen. Also, hacken. Hacken. Vor allem, weil ich Steine sagen. Naja, noch ein paar weiter runter geht. Was macht ihr da unten schon? Wir können was sammeln. Ah. Ich hol hier was Steinen. Ja, aber... Ja, aber... ...bitte... ...nicht von da, wo man drauf springen muss, ne? Das ist mir schon bewusst. Gut. Äh, ich glaube, es wäre besser, wenn wir Höhlen erforschen, um nach unten zu kommen. Weil es dauert viel zu lange. Ja. Wenn nicht, von ganz deiner Meinung. Aber es sieht schön aus. Diese komische Schachtel, die wir gemacht haben. Diese Planeten haben sehr geringe Schwerkraft. Ich topf hier mal altes Zeug ein, was ich gefunden hab. Alles Essen, das nehm ich mit. Dirt. Boah, da wieder rauszukommen, ist nicht voll. Pff. Wenn man die Löcher nicht exakt trifft. So. Wieder Essen mitnehmen und so. Ja. Moment. Und denn? Ich hab noch nicht mal alle Quests gemacht. Oh. Nicht? Okay. Hm, ich hab ein Steak in der Hand. Hm. Norm, norm, norm. Norm, norm. Äh, fackeln. Kann man die sich unterwegs machen? Ne, ne? Ich hab keine Ahnung. Doch, George. Doch, ich glaub schon, ja. Woodbanks and Cole. Da haben wir ihn auch. Mach mal gleich mal, boah. Vor allem, die stärkste Waffe, die ich dabei hab, ist gerade wirklich einfach, das hier. Das da? Ja, dieser Speer. Muss kurz mal meine Sachen umsortieren. Ich hab immer noch den Anfangsschwert. Ebenso. Ja, die, die Waffen sind zwar auf Range, aber die machen immer nur so sieben Schaden, also so 17 Schaden oder so und die schießen nur irgendwie viermal. Hm. Ich hab übrigens einen Eisenerz. Baum. Feld. Autsch. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ins Gesicht.